Für Frieden und Völkerfreundschaft, seid bereit! Immer bereit! Kanzen, Kinder, konzen! Auf die Freiheit, ihr Völker! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute. Den Angedenken der gefallenen undarischen Genossen. Ich bin süß, völlig gut. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier lohnt es! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange Persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redelsführer, ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten hier alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen. Der Teufel weiß, wenn die Seelschicht schon aufhört. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Verdammt doch mal! Wer waren die Redelsführer? Wir wollen uns gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Gott, ich verraten, du Schein! Ich! Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich brauche ihn. Ich brauche einen Namen, die die Rose. Wie geht's euch. Vielen Dank.